moin leute und herzlich willkommen bei let's play schlosskonflikt mit eurem schlosskonflikt beziehungsweise das killer lpm wie ihr seht hier hat sich nicht viel getan das neue update riss raus und ich kann es euch einfach nicht zeigen ich habe zu wenig macht es tut mir so leid ich würde es euch so gerne zeigen aber es ist hier ein schönes reich aber ich brauche 10.000 macht und das ist leider zu viel so was machen wir heute bin ich mir selber noch nicht ganz sicher erstmal denke ich in die arena einfach mal so zum spaß tag ich gehe wieder voll offensiv also ohne ein tank oder so damit ich schon viel damage drücke ihr seht irgendwie ist internet keine ahnung was ernsthaft die sind die sind einfach an uns vorbeigelaufen die sind einfach an meinen helden vorbeigelaufen das müsste man ja in der aufnahme sehen aber warum laufen die an meinen helden vorbei äh fragen so da haben wir gewonnen ja um 40.000 ränge sind wir aufgestiegen so dann gehen wir mal hier dungeons probieren wir probieren wir es mal mit dem hier äh ihn als tank und den Rest draufhauen ups tut mir leid dass ich jetzt beenden musste aber das war jetzt ein bisschen doof weil er ihr habt es vielleicht bemerkt ich habe Truppen versehentlich gespawnt und das ist natürlich nicht unbedingt das schlauste so perfekt wahrscheinlich muss ich gleich noch ein Heel reinhauen was sieht doch ganz gut aus so ja bei dem Update ähm gibt es jetzt äh diese Expedition und außerdem sind ist ein neuer Held dazu gekommen Org Spain den ich euch leider nicht zeigen kann weil ich ihn selber nicht habe aber ich werde bald nochmal ein Gems Roll machen scheiße ähm wo ich ich hoffe dass ich ihn bekomme weil das wäre echt richtig geil ja ich werde auch nicht so lange machen und an alle die jetzt das Monster Legends Video das lade ich ja zuerst hoch nicht gesehen haben ähm am Mittwoch ist jetzt kein Video hoch also habe ich kein Video geuploadet ähm weil ein Familienmitglied von mir gestorben ist ja ich hoffe das versteht ihr und ihr könnt mir verzeihen aber die nächsten Tage denke ich oder nächsten Wochen werde ich das wieder einhalten so so what hä warum warum hat das nicht funktioniert oh okay aber das verstehe ich nicht das habe ich gemacht das habe ich gemacht und das habe ich mir gemacht und keins davon wird aktiviert was soll in der Scheiß schon wieder na super so machen wir hier noch ein Dungeon 1,2,3,4,5 so klop der Stun mein Droide geht alleine nach oben kann tack tack so dann werde ich auch sagen war es das für heute ich habe nämlich noch Schuhlösche und Krams und so zu tun weil wir haben ja irgendwie noch 5 Wochen bis zu den Ferien und wir müssen noch alle Arbeiten schreiben und ja da würde ich sagen war es das mit der mit diesem Video und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten Mal ciao Leute